Bon dia, mein Name ist Nelson Sosa, bin 52 Jahre alt, arbeite hier bei Volkswagen in Portugal in der Nähe von Lissabon und bin ein leidenschaftlicher Trailrunner. Das Laufen bedeutet für mich den Kopf entleeren, das Abenteuer, das Ganze, die Kollegen, die mit mir laufen und fit bleiben. Volkswagen R steht für mich für Stärke, Dynamik, Performance und das ist ja auch was Trailrunning bedeutet. Wenn ich mit dem T-Roc R bei uns arbeite, da denke ich ja schon manchmal mit diesem Fahrzeug da könnte ich in die Berge fahren und dann weiterlaufen. Also wir bereiten die Fahrzeuge für die Abgasprüfungen und Konformitätsprüfungen, Kopfverwehrprüfungen auf. Heute bereiten wir diesen T-Roc R vor, wir fahren ihn dann später in die Strecke und wenn alles in Ordnung ist, dann schicken wir ihn weiter nach Deutschland in die Labore. Ja, mein Job bei Volkswagen ist sehr toll, ich mag es hier, ist für mich jedes Mal eine Anforderung. Es kommt immer etwas Neues dazu, mag ich sehr hier in Portugal und bei Volkswagen. Mein Lieblingsspot ist hier. Wir haben hier eine große Küste, hier können wir Trailrunning am Strand oder hier im Gebirge. Während der Arbeit, da denke ich immer, ok, später gehe ich nach Hause, ziehe mir die Ausrüstung an und hier denkt man nur an das Laufen und frische Luft, Natur, der Kopf wird wieder frei und ein neuer Tag kommt. Dieses Jahr, ich war beim Trailgames in Deutschland, habe das Team kennengelernt, habe ich Spaß gehabt und vielleicht nochmal zum Zugspitz.